Salute, Nastrovje, Chin Chin, Kampai, ein Wohlgeschmack. Herzlich Willkommen zu unserer BBC 2021, ein wahrlich besonderes Jahr mit Herausforderungen, aber auch Chancen. Und da richte ich gleich die Frage an Dr. Göhler, wie kam es, dass wir heute hier in diesem tollen Studio sitzen? Wir haben dieses Jahr natürlich etwas die Herausforderungen der Zeit gehabt, die wir managen mussten. Insofern sind wir dann umgeschwenkt auf ein elektronisches Medium, nämlich diesen Film. Und deswegen sitzen wir jetzt hier und hat aber alles wirklich auch in diesem Jahr trotz der einen oder anderen Herausforderungen wirklich super geklappt. Und wir sind froh, dass wir jetzt mit dem Abschluss sozusagen mit der Siegerehrung dann auch den letzten Schritt erfolgreich machen können. Herr Dr. Göhler, wie sehen Sie den geschichtlichen Zeitstrahl, den Verlauf der Best Brew Challenge, die gewagten Anfänge? Ein Stück weit sicherlich auch viel Pioniergeist und wo wir jetzt einfach hier sind schon. Genau, also wir haben, die Idee kam eigentlich auf einen Flug in die USA, wo wir in irgendeinem Onboard-Video haben wir gesehen, ein Collaboration Brew zwischen der Brauerei in Hawaii und der Brauerei in, ich glaube, Island. Da hatten wir gesagt, das ist eigentlich eine coole Idee, dass man so weltweit Brauer zusammenbringt an einem Tag und die dann also zur gleichen Stunde, bei dem einen ist es dann vier Uhr früh und beim anderen ist es drei Uhr mittags, aber jedenfalls zur gleichen Zeit eben gemeinsam einbrauen. Und daraus ist dann halt mal in 2015 der Versuch geworden, im ersten Jahr mit Red X, also einem unserer Rockstars, also ein eher rotes, oder nicht eher, sondern rotes Malz, also Malz, was ein rotes Bier gibt. Und das war, dann hatten wir 70 Teilnehmer, da haben wir gesagt, das ist eigentlich nicht schlecht, machen wir weiter. Und dann hat sich das bis 2019 auf 270, 280 Teilnehmer erweitert und wir hatten großen Zuspruch. Wir haben dann jedes Jahr ein anderes Malz genommen. In diesem Jahr war es dann eben das Best Heidelberg Weizen, also auch ein einzigartiges Malz, was von uns besonders für sehr helle Weizenbiere eben angeboten wird. Und ja, und auch dieses Jahr, muss ich sagen, hätte ich nicht sicher gedacht, dass wir also so einen durchschlagenden Erfolg hatten. Unser Einbrauen war dieses Jahr ja am 25. März und an dem Tag haben dann in Argentinien, in Chile, in den USA, in Litauen, in tausend anderen Locations, haben dann noch wirklich die Leute zum Braukessel gegriffen. Das ist jetzt die sechste Brew Challenge. Und ich habe es mal nachgerechnet, wir haben in Summe also deutlich über tausend Brauer gehabt, die an diesen sechs Brew Challenge teilgenommen haben. Und das ist schon, das ist schon wirklich eine tolle Sache, weil es halt auch wirklich zeigt, dass sich diese Community da nicht unterbringen, unterkriegen lässt, sondern die schlagen sich durch und machen auch mit ihrer Mission weiter. Und das war dieses Jahr eigentlich wirklich ein ganz tolles Statement, dass die Craft Brauer sagen, ja, alles schwierig, alles nicht so einfach dieses Jahr, aber wir ziehen das durch und wir machen mit. Eine, ja, Erfolgsgeschichte. Wir haben alle keine Glaskugel, aber ich bin der felsenfesten Meinung, das geht mit gigantisch großen Schritten weiter. Und wenn ich so die große Karte sehe, die Weltkarte, wie viele Teilnehmer das dann doch waren, so fällt doch ein bisschen was auf, dass es, ja, überraschenderweise teilweise Länder gab mit unheimlich reger Teilnahme. Ich spreche da natürlich von Deutschland mit großer Teilnahme, aber eben auch von Ländern wie Italien, Litauen oder Argentinien. Jetzt würde mich mal interessieren, wie kommt denn gerade, ja, diese recht weit entfernt liegenden Länder mit ins Boot und mit diesem gewaltigen Ansturm an Hobbybrauern und Brauern? Die Vermarktung fängt ja relativ früh im Jahr immer an und dann haben wir ja auch eine eigene Webseite, worüber das dann weltweit kundgetan wird. Was aber der Grund ist, warum wir auch jetzt dieses Jahr über 100 Teilnehmer aus Europa hatten, aber eben auch 100 Teilnehmer aus ganz anderen Regionen, ist wirklich, dass die Händler das zum Teil sehr stark auch unterstützen. Also wir haben ja weltweit eine Anzahl von Händlern, die nicht nur die Malze vorrätig halten, sondern die eben auch sehr viel für die Vermarktung tun. Die assistieren mit, stehen also mit Rat und Tat zur Verfügung und zur Seite, wenn lokal irgendwelche Probleme oder Fragen auftauchen. Und die haben eben auch die Brew Challenge auch in diesem Jahr wieder sehr stark vermarktet. Und so ist es zu erklären, dass dann halt, wenn in Litauen der Händler also sehr, sehr aktiv ist und sehr, sehr marketingaffin ist, dass der dann eben besonders viele Teilnehmer anspricht. Aber wir haben dieses Jahr also eine wirklich gute globale Abdeckung. Wir haben Australien, wir haben USA, wir haben also aus den verschiedensten Teilen Vertreter. Und insofern muss man sagen, war das wirklich auch dieses Jahr wieder wirklich ein ganz globaler Erfolg. Das Malz ist auch, ich will noch vielleicht einen Satz zum Malz sagen, also das Malz ist hier unser Best Heidelberg Weizen. Das ist insofern besonders, weil es eben sehr, sehr hell ist als Malz. Und das Weizen ist gar nicht so einfach in der Verarbeitung für eine Melzerei. Also wir machen immerhin fast 100.000 Tonnen Getreide jedes Jahr, was wir verarbeiten. Und da können Sie sich vorstellen, wenn dieses doch eher feinkörnige im Vergleich zu einem normalen Gerstenkorn runde, von der Form her rundere und auch ohne Spelzen. Und deswegen natürlich auch hat das in sich weniger Halt. Also es ist Körnige eigentlich. Und deswegen hat es die Tendenz eben auch gewisse Probleme zu machen in den Sieben, in den Keimstraßen. Das muss man sehr gut reinigen, wenn man von Pilzen zu Weizen und Weizen wieder zu Gerstenmalz wechselt. Und insofern ist das, also für meinen Vater und meinen Großvater war das, naja, also ich will nicht sagen ungeliebtes Kind, aber es war eine große Herausforderung. Aber weil wir einfach weltweit einen starken Trend sehen zu frischen, hopfigen, aber auch eben spritzigen Bieren. Und da ist das Weizen eben unersetzbar. Und ich finde persönlich auch für die Sommerzeit, ein Sommer ohne Weizen ist wie eine EM ohne Deutschland im Endspiel. Also das passt irgendwie nicht, macht keinen Spaß. Zumindest für uns, aber Spaß beiseite. Also das ist ein tolles, tolles Malz. Und die Teilnehmer haben extrem viel draus gemacht. Also das Spektrum war wirklich fantastisch. Ich habe mit den Sommeliers auch zusammengesessen, habe mit denen nach der Verkostung geredet. Und die waren wirklich sehr, sehr angetan, dass gerade die Top-Biere, vor allem nicht alle Top-Biere, aber die wirklich bestplatzierten Biere, wir hatten also so 204 Registrierungen gehabt. Also es besteht ja die Möglichkeit auf der Best Brew Challenge Webseite sich zu registrieren. Ein paar springen dann immer ab, weil es nicht stimmt oder nicht passt, dann an dem jeweiligen Tag. Aber wir hatten von den eingesandten Bieren dann letztlich 145 eingesandte Biere. Und was besonders schön ist, dass halt nicht nur Biere eingesandt wurden, sondern noch andere Sachen. Und eine davon stehen, oder zwei davon stehen hier unten. Nämlich die ganz wunderbare Dose, die also einer der Brauer kreiert hat und uns zugeschickt hat. Das ist schon ein kleines Kunstwerk, was uns wirklich viel Spaß gemacht hat. Und dann mein zukünftiges Vogelhaus für kalte Winternächte für die Vögel. Da hat er also sein Bier drin verpackt. Das ist ja auch jetzt mit der Logistik in diesen Zeiten nicht ganz einfach, weil es eben deutlich länger dauert und dann auch nicht immer alles sicher ankommt. Aber der Brauer, der auch aus Litauen kommt, war also hochkreativ, hat das alles versiegelt mit Original-Siegellack. Und hat dann zudem noch unverkennbar Best Blue Challenge draufgeschrieben. Und das ist angekommen. Also Best Blue Challenge Heidelberg ist so bekannt, da braucht man nur zur Post zu bringen. Und dann kommt es selbst von Litauen nach Deutschland. Wir bekommen jetzt die Siegerbiere präsentiert. Zu uns darf jetzt mit dem großen Barflight kommen Jessica Görig mit den Gewinnerbieren. Die Spannung steigt. Eine fantastische Schaumkrone, natürlich viel Rezenz. Sieht man schon, schön karbonisiert. Herr Dr. Göhler, ein Wohlgeschmack auf viele weitere Jahrzehnte. BBC Best Blue Challenge. Zum Wohl. Obligatorischen zwei Sniffs. Wir sind beim zweiten Platz und haben hier aus Deutschland Jan Morthorst, Chamos Braubude und, ja Wahnsinn, ein leichtes Bier von den Angaben her und schmeckt wie ein vollwertiges Weizenbier. Eine schöne Fruchtigkeit, ausbalanciert, ausgewogen. Ja, finde ich auch. Gut begeistert. Tolles Bier. Sieht gut aus und schmeckt auch gut und ist auch beim zweiten und dritten Schluck ein ganz tolles, leichtes, schönes Bier. Genau das Richtige für den Sommer. Da springt bei mir sofort dieser Trigeminus-Nerv an, die Verbindung aus der linken Gehirnhälfte, dem limbischen Teil und der Sensorik verteilt hier. Die zündet, der Nerv zündet. Ein Wahnsinnsbier. Toll. Super gemacht. Schöne Farbe auch. Ja, sieht gut aus. Ein verdienter zweiter Platz. Kann man lassen. Die Spannung steigt weiter. Hätten wir jetzt irgendwann einen Trommelwirbel, würden wir ihn einspielen. Platz Nummer eins. Da waren die Sommeliers wirklich ganz beeindruckt, dass es möglich ist, so ein Bier in der Qualität doch im kleinen Maßstab überhaupt herzustellen. Also die wussten ja, dass es überwiegend kleinere Brauereien oder Hobbybrauer waren. Und ich hatte mit denen ja gesprochen und die haben gesagt, also es waren wirklich, gerade die Bestplatzierten, waren wirklich ausgesprochen sehr, sehr gute Biere und sind auch mit guten Bewertungen rausgekommen. Wirklich ganz weit oben. Jetzt versuchen wir es. Eine unheimlich helle Farbe. Ja, ne? Sieht man hier, glaube ich, ganz gut im Licht. Ja. Oha. Ja, da gehen die Augen auf und eine Drinkability setzt hier sofort ein. Wir haben auf dem ersten Platz Litauen. Thomas Sertautas Relaxed Man Brewery. Und er hat mit seinem leichten Weizenbier in seiner Relaxed Man Brewery ein Bier geschaffen. Ich schmecke hier eine unheimlich leichte sommerliche Verspieltheit raus. Erfrischend. Wahnsinnig toll karbonisiert. Wir haben ja viel Bubbles im kleinen Glas. Es ist ein Bier mit einer soliden Schaumkrone. Auch toll ausbalanciert, aber dieses leichte Verspielte. Und das, meine ich, ist der Kracher für den Sommer. Ja. Und schöne, auch fruchtig, ne? So ein schöner Citrus-Geschmack, der man riecht, aber auch der beim Geschmack gut rüberkommt. Also da kann man eine Kiste von trinken. Wobei, wobei ich finde auch, es wird ja oft die Pole gesetzt zwischen Bananik und Gewürznelge, dass hier auch ein bisschen Gewürznelge oder was Gewürziges vorhanden ist. Und das macht es für mich spannend. Also nicht nur rein in die fruchtige Kerbe, sondern eben auch dieses wunderbar Ausbalancierte aus beiden Polen toll. Sehr schön. Verdienter Gewinner. Ja, salute, nastrowie, cin cin, kanpai nach Litauen. Und herzlichen Glückwunsch. Und in die ganze übrige Welt, die mitgebraut hat. Sehr zum Wohl. Zum Wohl und tausend Dank fürs Mitmachen. Bis zum Wohl.